Mit unserem Film über Kiel begeben wir uns auf eine Zeitreise. Seit 1985 fährt in der Landeshauptstadt keine Straßenbahn mehr. Wir konnten umfangreiches Filmmaterial sichern, auf denen der damalige Betrieb dokumentiert wird. Das gesamte Material wurde digital aufbereitet und in einen Zusammenhang gestellt. Ein Mitarbeiter der Bahn erinnert sich in einem Gespräch an seine aktive Zeit und gibt neue Einblicke. Mit der Linie 4 fahren wir fast die gesamte Strecke dieser Straßenbahn ab und präsentieren auch seltene Fahrzeuge wie diesen Magirus Deutz Oberleitungswagen. Es ist fast unglaublich, dass in Kiel bis zum Schluss Fahrzeuge als Arbeitswagen unterwegs waren, die vor über 100 Jahren gebaut wurden. Aber auf den Schienen rollten auch relativ moderne Großraumwagen, die gegen 1957 und 1958 von der Düwack hierher kamen. Eine Spezialität war die Asmus Bremer Umschlagbahn. Sie beeindruckte durch ihr Fahrgeräusch. Das alles erwartet sie in diesem Film, der bei Tram TV erhältlich ist und eine Laufzeit von 45 Minuten hat. jedenfall, der bei Tram TV. Das ist in diesem Film, der bei Tram TV, wo er die Ausbritungswagen ist und ein Abbritungswagen kapiert werden. Ausbritungswagen.